Hallo und herzlich willkommen bei Entdecken und Verstehen, der Lehrwerksreihe für den Geschichtsunterricht. Heute möchte ich Ihnen das beliebteste Produkt dieser Reihe einmal näher vorstellen. Die sprechenden Bilder. Kurzfilme zu berühmten Gemälden, Mosaiken oder Rekonstruktionszeichnungen machen Geschichte lebendig und vermitteln Informationen anschaulich und verständlich. Die sprechenden Bilder umfassen Bildpräsentationen zu allen Epochen, von der Frühgeschichte bis zum 20. Jahrhundert und sind als Download oder auf USB-Stick verfügbar. Zu jedem Film stehen Kopiervorlagen zur Verfügung. Sie sind als PDF-Dokumente direkt im Unterricht einsetzbar. Als editierbare Word-Dokumente lassen sie sich ebenso leicht von ihnen anpassen. Die abwechslungsreichen Präsentationen sind dialogisch aufgebaut. Für die große Bandbreite verschiedener Quellen stehen hier zwei Beispiele. Das Totengericht. Papyrus aus dem Grab des Schreibers Hunefer um 1300 vor Christus. Die beiden stehen für eine Art Waage. Ganz richtig. Das ist die Seelenwaage. Dort in dem Tongefäß ist Hunefers Herz. Auf der anderen Seite der Waage ist eine Feder. Sie gehört der Göttin Maat. Die Feder ist ein Zeichen für Gerechtigkeit. Sie wacht oben auf der Waage. Nur wenn das Herz leichter ist als die Feder, darf der Tote ins Jenseits gelangen. Das bedeutet, dass er Recht schaffen und ohne Sünde ist. Wie du siehst, hat Jesus seine Arme ausgebreitet. Mit seiner rechten Hand macht er in Richtung der einen Menschengruppe das Zeichen des Segnens. Mit der linken Hand weist er den anderen Menschen den Weg. Unter ihm herrscht ein großes Durcheinander. Die Toten sind aus ihren Gräbern auferstanden. Sie werden nun nach ihren Sünden gerichtet. Einige haben die Arme wie zum Gebet erhoben. Sie scheinen um Erlösung zu flehen. Ganz richtig. Weiter rechts werden andere schon von Dämonen weggeschleift. Einige werden auch zertrampelt. Sie halten Gegenstände fest, die für ihre Sünden stehen. Ein Geldsack als Zeichen der Habsucht, ein Trinkbecher und Spielwürfel als Zeichen für Völlerei und unehrliches Leben. Wenn Sie Ihrer Klasse auf anschauliche Weise mehr über den Herrscher des Totenreichs im alten Ägypten vermitteln möchten, dann empfehlen wir Ihnen die sprechenden Bilder. Viele spannende Einblicke erwarten Sie!